willkommen zu weiteren teil des lejo adventskalender aus der report die 8 kommt auch dran auch mal wieder wird zb er zieht mir er ist jetzt er nicht aus wie was aus harry potter sondern er auch was aus dem see oder so ach seht ihr jetzt nicht man immer wieder ran gesucht ist will er nicht darstellen rausgesucht ist dann ja aber nicht wieder ran gesucht ist man kurzerweise so städte scharf da hat er wohl mehr platz gehst du da raus so anleitung gelb 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 sehr viel galb dann haben wir dich grün oder was das ist dann brauchen wir dich dann brauchen wir dich dann brauchen wir dich dann brauchen wir dich dann brauchen wir auch noch mal dich ach das sind tod ja das sind todesser seht ihr jetzt nicht kann ich euch gleich noch mal ranzoomen dich dann machen wir hier noch mal gemüse dran gemüse 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 haben wir etwa was jetzt habe ich es richtig gesehen die stadt an da waren die weißen her so jetzt noch das andere gemüse davor und da war schon wieder fertig für heute das ging auch wieder hochgezock raus um dann stellt er besser schafft der kollege an jeder moment und die anleitung zu groß geraten anleitung hier haben wir es und hier das ist jetzt schwer zu sehen ohne licht aber da kann so ein bisschen erkennen dass das totesser sind das kann dann so gesehen außen letzteren teilen sein wo sie so gesehen woher mit ist glaube ich auch aus dem dritten teil wo sie am gefangenen von asker bahn sind und dann links angegriffen wird von den also herrie und auch wie heißt er jetzt ich weiß jetzt nicht den namen aber da wo die am see angegriffen werden von den todessern ersatzteile weg da will ich mal sagen das haben wir schon ist immer nur ein kleiner sneak peek ja ich glaube das war die achte folge oder das achte türchen ja war es auch dann sehen wir uns morgen im neunten natürlich wieder wenn ihr euch das ganze ding heute gefahren hat drücken wir gerne das däumen nach oben lassen wir ein abo da tschüss bis zum nächsten mal und tschüssi 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 Untertitelung des ZDF, 2020